Im Studio ist Carsten Göwicke von der Berliner Feuerwehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Göwicke, wie ist denn der aktuelle Stand? Haben Sie jetzt als Berliner Feuerwehr Anzeige erstattet gegen diesen Mann? Ja, Frau Pochhammer, wenn dort eine Sachbestätigung passiert und so ein Vorfall ist, dann wird das natürlich geprüft und wird dann auch Anzeige erstattet. Im Übrigen tut das aber auch die Polizei, die ja vor Ort war, von Amts wegen. Viel schlimmer ist die Unfassbarkeit dieser Handlung. Das ist nicht zu verstehen im Grunde mit normalem Menschenverstand, was da abgelaufen ist. Absolut. Wir haben es jetzt gerade schon im Beitrag gehört. Es scheint leider kein Einzelfall zu sein, solche Geschichten. Was erleben Sie da im täglichen Dienst? Ist das ein echtes Problem inzwischen geworden? Also Angriffe oder aber auch Beschimpfungen sind leider alltäglich. Das macht uns sehr zu schaffen. Man muss zwei Fälle unterscheiden. Das eine sind Respektlosigkeiten. Es wird nicht akzeptiert, dass man selber vielleicht kein Foto machen kann von so einer Einsatzstelle, weil man vor Ort stört, weil die Feuerwehr, der Rettungssanitäter, der Notarzt Platz braucht für seine Arbeit, den Rücken einfach frei haben muss. Das ist das eine. Das zweite, was passiert, das sind Patienten, die psychisch krank sind oder die Drogen oder Alkohol genommen haben. Auch da erleben wir immer wieder Angriffe. Das sind allerdings Menschen, die das nicht bewusst tun, die in dem Moment ihre Handlung leider nicht kontrollieren können. Wir bereiten uns auf beides vor. Wir versuchen deeskalierend vorzugehen und versuchen auf solche Situationen vorbereitet zu sein, so gut das irgendwo geht. Haben Sie trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es generell ein Respektsproblem inzwischen gibt? Ja, also wir haben subjektiv den Eindruck, dass diese Respektlosigkeit zunimmt. Das beginnt schon, wenn wir die Alarmfahrt haben durch den Straßenverkehr, dass eben nicht akzeptiert wird, dass dort möglicherweise ein lebensbedrohlicher Notfall zugrunde liegt, dass offensichtlich einzelne Verkehrsteilnehmer sind nicht alle. Viele reagieren ordnungsgemäß und tun, was sie können. Aber Einzelne scheinen eben, denen scheint nicht klar zu sein, dass natürlich nach Recht und Gesetz gehandelt wird, dass natürlich die Einsatzkräfte zurückhaltend ihre Sonderrechte ausführen, aber dass es eben in manchen Fällen um Minuten oder sogar Sekunden geht und der Einzelne dann auch mal zurücktreten muss, schnell Platz machen muss und die Einsatzkräfte vorlassen muss. Herr Göwiger, eigentlich alles Dinge, von denen man sagen müsste, das ist eine Selbstverständlichkeit, schade, dass es nicht so ist. Schön, dass Sie bei uns sind. Bitte sehr.